Okay, wir haben Viktor mit Zek, Yasuo, Zek Toplane, Yasuo gegen Renekton Toplane Spielt mit dem alten Cursor, Flash, Auto-Attack, not bad Upgrade, du musst Q upgraden, du musst Q upgraden Upgrade Q, Bro Jetzt hat Q upgraden, bevor er Q gecastet hat, das ist gut Und das Movement, er überlebt dank des Movement Speeds des Upgrades, das macht er gut Kardus ult, er wird ihn töten, er wird ihn canceln, töten, nice man Dass Kardus der Ult castet, lässt mich daran denken, dass es niedrigere Elo ist, ne? Hat der Kardus castet seine Ult so schlecht? Ja, der Viktor hat gut gemovt, Zewa hat aber auch schlecht gespielt in den Reihen Vielleicht ist es eher Platin oder Gold als Diamond oder Platin Ich glaube, ich gehe mit Platin Master, die meisten haben Platin vermutet Ja, aber der Kardus hat doch so schlecht geultet, welcher Kardus würde da so ulten, der Master Elo ist Der Viktor hat gut gespielt, aber der Kardus war doch scheiße Zewa war auch nicht gut, das ärgert mich